In diesem Video-Tutorial sehen Sie, wie Sie sich für einen Ilias-Kursraum einschreiben. Ich zeige das anhand eines Beispielkurses. Der liegt im Lernkatalog. In unserem Beispiel hier liegt er im Fachbereich Gestaltung und im Sommersemester 2010. Hierbei handelt es sich um diesen Kurs, der Ilias-Testkurs. Was müssen Sie tun, um diesem Kurs beizutreten? Sie klicken auf das Dropdown-Menü Aktionen und anschließend auf Beitreten. Sie werden nun aufgefordert, ein Kurspasswort einzugeben. Dieses Passwort ist ein Passwort, was Sie in der Regel in der ersten Präsenzveranstaltung erhalten, um es hier anschließend für den Ilias-Kursraum einsetzen zu können. Die Passwörter sind natürlich für alle Lernräume unterschiedlich. Sie müssen sich dieses Passwort aber im Grunde nur einmal merken, um diesem Kurs beizutreten. Danach passiert folgendes. Ich klicke hier auf Beitreten. Jetzt befinde ich mich bereits im Kurs und kann hier auf die Unterlagen zugreifen. Wenn ich zurückgehe zu meinem persönlichen Schreibtisch, sehe ich jetzt, dass dieser Kurs auf meinem Schreibtisch hinterlegt ist und ich von hier aus immer wieder durch Klick auf den Kurstitel sofort in den Kurs weitergeleitet werde. Das heißt, Sie müssen das Kurspasswort an keiner Stelle noch einmal erneut eingeben. Kurs この Kurs Höter